3, 2, 1 Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brostars Heute ist der 5.11. Also der 5.11. An dem, wo ich das Video gerade aufnehme Ich glaube, wenn das Video online kommt, ist es schon der 6. Heute ist auf jeden Fall der neue Skin rausgekommen Und zwar der, wer ist der Herausforderer Cold Und zwar der ist für die Weltmeisterschaft 2020 Und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus Und heute in diesem Video werden wir ihn auf jeden Fall aufspielen Schreibt mal gerne rein, ob ihr euch das gekauft habt für 5,99 glaube ich Ja, sieht eigentlich sehr, sehr nice aus Außerdem habe ich mir auch das andere Package geholt Die Pins, schreibt mal rein Pin, nee, denke ich nicht so, dass ich kaufen würde Auf jeden Fall habe ich gerade 14.000 Und ich glaube, den werde ich mir heute oder gestern Im Stream gönnen Sehr, sehr nice Und ja, ich würde sagen, Leute, wir starten jetzt rein Let's go! Wir gehen jetzt in Duo-Showdown Ich weiß nicht, ob die Map so gut dafür ist Aber ist jetzt auch eigentlich egal Wir spielen mit dem Leon Die Animation, weil man schießt Oh, das sieht geil aus Es läuft bisher sehr, sehr gut Ich denke mal, den Skin werde ich sogar oft spielen Ich glaube Aber ich finde eigentlich den Piraten-Cold auch sehr, sehr geil Weil jetzt gucken wir erstmal, hier ist ein Tick Der macht Auge Ey Oh, okay Nein, 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 er ist down, er ist down, oder? Nee, gut Und ja, jetzt ist schon ein Team down Das ist schon mal sehr, sehr nice Ähm, ja Jetzt sind schon zwei Teams down Kann man aber machen Aber die Haare sind auch fresh Schreibt mir gerne rein Ey, diese Haare Komm, wenn diese Haare nicht geil sind Gut, mein Teammate RIP Mein AIM noch RIP Ah, ich bin gerade so RIP I'm so RIP Ich bin gerade so RIP, Leute Mein Teammate ist jetzt da Kann vielleicht ein bisschen von der anderen Seite Oh, bitte Teammate, sterb nicht Oh Gut, das wird noch ein enges Duell, Leute Ja, ja Das ist der RIP GG Erste Runde mit dem Skin gewonnen Sehr, sehr nice Gehen wir direkt in die nächste Runde So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der nächsten Runde gelandet Und wir haben eine Jessie Und die heißt, okay Der Name ist jetzt auch nicht so wichtig, denke ich mal Schreibt mir gerne rein Ähm, es waren ja drei Angebote Schreibt mir gerne rein Ähm, wie viele ihr euch gegönnt habt Vielleicht habt ihr alle gegönnt Vielleicht auch nur eins Ich hab mir zwei gegönnt Weil, ich weiß nicht, ob ich mir die Pins kaufen soll Ähm, ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld hier Willst du schon Rausschmeißen Für Pins würde ich tatsächlich Kein Geld ausgeben Da würde ich Auch wenn die, glaube ich Nie mehr kommen werden Ähm Ey, mir ist gerade ein bisschen lost Da haben wir noch ein Cold Haha, ihre Ist es dumm, ist es dumm, was ich gerade mache Oh mein Gott Oh mein Gott, was macht er? Warum legst du dich an, Bruder? Ja gut Schau dann Schau dann, Leute Sehr nass Er rennt gerade Ja gut, egal Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit anlegen sollte Ich hoffe, die ist nicht so gut Ich denke, das ist dumm Oh mein, äh, mein, ähm Egal, zweiter Platz ist auch sehr nass Wir kommen jetzt zur nächsten Runde Äh, was mir aufgefallen ist Wir könnten vielleicht sogar noch eine Bigbox, ähm Beim Broadbus abholen Also den Broadbus habe ich schon durch Aber halt, ja, 500 Tokens Habe ich fast, also noch 100 Stück Das heißt, das heißt, wir müssen hier noch zweimal easy hier, easy, mega lecker Gewinnen Und, ja, Doppelmarken Äh, äh, oh, Markenverdoppler, eh Ich meine, wenn man Nein Nein, 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 deine Mike Oh, Bruder Nein Schreib mal gerne rein Das sind immer diese kleinen Cube-geil Was ist das für ein Teammate? Cube-geil und dumm So, über den Teammate gerade eben müssen wir nicht mehr reden Er war einfach rotz War einfach nur Front Aber ich bin noch rotziger Ich würde den Skin bewerten Offene, solide Ey, was Was seid ihr für Teammates jetzt mal Real Talk? Das ist doch nicht mal lustig, Alter Er könnte mir nicht mehr sein Cube Nice, nice Komm, Härchen Oh, man Oh, RIP Erstmal gegen die Wand gelaufen Hol jetzt mal die Shelly, Bruder Und dann gucken wir mal Gut, ein Hit It's a like a Der war RIP RIP Ja Nein, er ist down Er ist down Er ist down Uh Nice, er ist wieder full life Was? What do you want? What do you want? Was? Oh mein Gott, das ist ein Team Das ist ein Team Nein Nein Oh Leute Ne, ich bin nicht dumm Nein, ich bin dumm Komm, hol ihn 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 Was machst du? Ey Leute, bitte Was sind das für random Das ist mal Real Talk, Alter Ja, Mr. Peace Wenigstens gut auf dieser Mal Ey Zwar, wir halten fest Wir hatten zwei gute Wir hatten zwei richtig rotzige Ah, er hat sich auch Den Skin gegönnt Aber ich hab WLAN-Lex Nein Nein, 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 nein Das war schlecht Du musst uns wieder entsetzen Ja, das Oh, da war jemand Da war jemand Das war aber stark Das war stark Das war gut Das war gut, das war gut, das war gut Das war gut Wir müssen die Pusche nehmen Wir müssen die Pusche nehmen Ich will halt Plus machen mit Cold Und vor allem mit dem Skin da Wir haben bisher schon ein Wind geholt Zufrieden? Aber nee Nicht zufrieden Geht weiter, Leute Für die Mega Äh, für die Big Box Ja, 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 ja Oh, easy Genau wie mein Leben Ah, ich lauf immer gegen die Wände Was machst du, was machst du? Schon wieder? Nein, nicht auf Cubes gehen Leute Echt, ich check diese Logik nicht, ne? Wollt ihr lieber sterben und Minus machen? Oder wollt ihr Cubes sammeln? Das ist doch einfach nur dumme Logik Jetzt mal Real Talk Deswegen verstehe ich meine Randoms halt nicht Ich wissen doch eigentlich, dass wenn man, wenn man verliert oder so Dann gewinnt man halt nicht Wenn man, wenn man verliert oder so Dann gewinnt man halt nicht Nicht so lange Dann Cubes aufsammeln Das ist dann eigentlich Verschwendung Meiner Meinung nach Warum macht denn die das? Leute, ich schreib mir Seid mal rein, warum das Ja, wir sind jetzt schon wieder dritter Herzlich willkommen zur Ausraster-Show Elisabeth Okay, also, äh Also, ich schaff das glaube ich nicht mehr mit Gewinn Aber ich hab gleich eine, ich weiß was Ähm Ne Quest Fertig Und dann öffnen wir die Box live im Video Krass Ich muss einfach nur Schaden machen Einer, ein, ein Schaden Ja, nicht ein Schaden, aber Ach, Bruder, wenn du da bist jetzt Ich mach doch Gidget Oh mein Gott Lost Aim in die Kommentare Rip Ne, schreib nicht so viel in die Kommentare Ich will hier nichts Kein Folge Spam Bitte, 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 bitte Bitte ist da niemand Oh mein Gott, hat er jemanden gekillt? Safe Nice Pass auf, pass auf Ja, das war Ja, das war Ja, das war Das war stark Das war ein starkes Gadget Kleine, eklige Nudel Alter Oh Ich weiß, dass ich jetzt riskant Aber ich mach's Okay Hallo Da, Karl Du eklige Hä, dein Thema ist tot Und du bist okay Kann man mal machen Ja, Leute Ich glaub, ich hab die Quest Aber ich darf mir nicht zu sicher sein Sonst muss ich gleich noch eine Runde spielen Aber nochmal zum Skin zurück Ich find den Skin tatsächlich Ähm Ob er so 5 Euro Ey, 5 Euro sind mehr als verdient Ich denk mal Hm Als, äh In Gems würde der bestimmt Jetzt umge Also wie ich ihn bewerten würde In Skins Würde ich ihm, glaube ich Eine solide Wie viele Gems würde ich Ich würde ihn für 80 Gems verkaufen Ist nice Und jetzt gehen wir zum Opening Big Box Also so spannend kann's jetzt auch nicht sein Aber fürs Pre-Intro machen wir doch alles Also, let's go Wir gönnen uns die jetzt In 3, 2 Gönnen sie uns jetzt in 3, 2, 1 Und damit würde ich sagen Das war das Video Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen Schreibt mal gerne rein Wie ihr den Skin findet Ehe lieber ein bisschen am Ragen Die Teammates waren jetzt auch nicht besonders die Besten Haben wir Minus gemacht? Ich glaub nicht Doch haben wir schon Ich kann gleich gucken Aber ich hoffe, euch hat auf jeden Fall dieses Video gefallen Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da Und abonniert meinen Kanal Würde mich mega freuen Und ja Habt ihr ihn gekauft Oder so Und ja Ich muss auch gucken Ich hab ja auch 200 Gems Vielleicht kaufe ich mir einen Skin Und ja Falls ihr mehr von so welchen Videos sehen wollt Wo irgendwie so Wenn was rauskommt Und ich dann zocke Wollt ihr das vielleicht? Ich weiß nicht Vielleicht mögt ihr es ja Vielleicht kommt mir so ein Schlicht an Aber ich hoffe, dass es gut ankommt bei euch Und ja Ich würde sagen Haut rein Ciao Kakao Euer Illy Gaming Tschüss